Jetzt ganz neu. Ob im Bad, im Flur oder in der Küche. Klatschi, der nasse Lappen der Klatschmann. Au, au, au! Wo steckst du? Specke, verzeig dich! Ich glaube da vorne. Da war noch so ein Schimmelpilz. Ich seh ihn nicht, ich seh ihn nicht. Das Springen nützt dir gar nichts, Brudi. Da wirst du weggeholt. Auf zur Flacke. Komm, Bertha, gehört uns. Oh, da kriegt doch einer. Hier wird nicht unter den Waggons durchgekrochen. Sind wir bei den Ratten oder was? Komm, auf die Beine. Oh, wie ein Lossturm. Oh, geil! Mit dem Panzer kommen sie hier hoch. Wahnsinn. Na, au! Ups, Deko. Medipack rein und weiter geht's. Au, au, das war knapp, das war knapp. Au, au! Von links, von links, von links. Von vorn, von vorn, von links, von links, wo? Ich seh ihn nicht, ich seh ihn nicht. Ich seh ihn nicht. Wo war der? Da kommt doch einer. Da kommt, da ist er doch. Nein, die Knarrele! Stürmt vor, Brüder. Da, komm hier. Friss das. Blaue Bohnen zum Frühstück. Weiter geht's. Nein, scheiße, weiter geht's. Nicht zurück. Ärgerlich. Da. Da, 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 da. Ratz, patz, weggemacht. War noch... So, Kumpel. Ich dachte schon, da kam noch einer. Komm, meiner, wir schaffen's zu zweit. Erobern wir die ganze Karte. Wo? Er ist tot? Wo? Erstmal einnebeln. Retten. So, komm her. Nein, nein, nein! Zack, da ist tot. Da, da ist jetzt auch tot. Und mich hat was getroffen von rechts. Uh, ah, Schnelldeckung. Quetsch dich durch, ich hänge fest. Gucken. Kam, kam da hinten einer? Das ist immer mein Problem noch. Ich seh das immer noch nicht so gut. Hier wird geschossen. Hier wird geschossen. Ah, da... Aua, die Stelle, die hatte ich da vorhin schon. So, jetzt... Drüber hier. Jetzt kenne ich mich aus, ja... Oh, komm, komm, gib, 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 gib! Uh, 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 war das knapp. Das war raschknapp. Nachladen, sehr gut. Ich hab dran gedacht. Da. Da rechts. Zack, 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 zack. Hier wird nicht gerettet. He, he, he. Ey, wo ist der herrige... Kommt der her? Das hab ich nicht verstanden, aber ist egal, er ist tot. Oh, da gibt's Kameraden zu retten. Warte, warte. Halt aus! Ich bin da. Hä? Das war noch ein Feind. Zack, 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 zack. Ui. Nachladen. Ich hatte zwar noch 13 Schuss, aber sicher ist sicher. Sonst stehe ich nachher wieder... Bei meinen Schießkünsten stehe ich dann wieder ohne Munition im Magazin da. Mit leerem Magazin sozusagen. Da. Gib, gib. Nein! Ja. Nebel. Kommt. Spritze kommt. Ich seh nichts. Da, hier, Paket. Kamerad, halt durch! Rettung naht. Ne, rumlade ich erst mal. Oh, ich wollte dem gerade ein Paket zukommen lassen. Scheiße! Ah! Da hab ich zu spät... Ah, reagiert. Ah! Die hätte ich alle beide haben können. Wo ist er hin? Da kommt er! Oh, er ist rechts. Ach ne, es war Kumpel. Nein! Oh, da vorne. Tummelt sich die Masse. Au! 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 Was war mit dir, Kumpel? Hast du es nicht gecheckt? Haha! Aber ich... Ausnahmsweise mal. Da, was stehst du da so rum? Wie eine Salzsäule. Hättest deinem Kumpel mal helfen sollen? Hast du nicht. Dafür bist du gestorben. So. Noch jemand hier? Dass ich eine Packung abholen möchte. Oh, da kommt jemand. Ah, da. Deine Packung. Ja. Drei Mann hintereinander. Das ist nicht schlecht. Das ist mein Rekord. Nein! Nein! Man sollte bei der Sache bleiben. Ja. 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 Wird nicht auf mich geschossen. Ja, ich hab... Ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, überall. Euch hat's erwischt. Ihr wurdet getroffen. Ich weiß. Was soll ich tun? Au! Ich wurde selber getroffen. So. Heilung. Rettung. Naht. Mann, das war meiner. Nehm ich den. Spritze in den Arsch. Komm, da liegen noch welche. Was? 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 Da, jetzt. So, jetzt hier. Rettung Naht. Ja, wo sind die verdammten Sanitäter? Ich lass euch gleich liegen, ihr Arschlöcher, wenn er weiter so... Mich so anschreit. Bandage, da, zack. Da liegt noch einer. So. Rauch kommt. Spritze kommt. Auf in den Kampf. Schmutzfink. Wie sahst du überhaupt aus? Schwarzes Gesicht. Na, komm. Leck mich doch. Oh, da ist einer. Da ist einer. Oh, er wollte seinem Dackewerk nachgehen. Ein Kollege, sozusagen. Ein Arbeitskollege. Von der anderen Seite. Vom anderen Stern. So. Au, 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 au. Da liegt noch einer. Au, 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 au. Ey, sind... Sind... Haben die sich vermehrt? Eben war da noch einer hier. Na gut. Alles XP, die man mitnehmen kann. Ja, ihr macht das schon da oben. Ich guck mal hier rum. Da ist einer. Zack. Und die Knarre wieder leer. Scheiße. Oh. Wir haben kaum noch Leute. Da. Leute. Was war mit dem? Mist. Ich hätte eine Granate reinschmeißen sollen. Ui. Nachladen. Deckung. Deckung. Oh, was ist das? Wie der Teufel auf Rädern. Hinterher. Den schieße ich ab. Den knall ich ab. Warte, Kumpel. Hä? Wo ist er hin? Au, au, au. Bestimmt runtergesprungen. Ich... Komm. Ei. Das ist gefährlich. Na klar, das ist gefährlich. Das ist Krieg, Alter. Was hast du gedacht hier? Sandkastenspiele. Ja. Dankbarkeit in den Augen der Männer. Unbezahlbar. Da hier wie von der Tarantel gestochen. Dann kam er durchs Fenster. Junge, was ist mit dir passiert? Haben sie dich eingemauert? Mafia. Betonstiefel. Kumpel, was machst du? Dich habe ich doch vorhin schon mal gerettet. Und zwar an der gleichen Stelle. Gewöhn dich nicht dran. Ich gehe jetzt weg. Oh, Wahnsinn, hä? Die Häuser hier. Vorher noch ein beschauliches kleines Städtchen. Und jetzt liegt alles in Schutt und Asche. Das ist das Geile an dem Spiel. Da. Komm. Schön in den Rücken. Bleib. Wartet. Zack. Schön in den Rücken geschossen. Da kenne ich nichts. Da bin ich kein feiner Herr. Kumpel, hier. Zack. Erste Hilfe. Kannst du immer gebrauchen. Da liegt noch so eine Seele. Ja, ich hätte auch gerade durch die Häuser rennen können. Oh, ist egal. Ich mache gerne einen Umweg. Ja. Ich weiß. Ja, erste Hilfe. Was gibt es dort? Was? Bananen? Was war denn wie die Kuppi? Oh, wie das hier explodiert. Das ist nice, nice, nice. Hoch, hoch. Da. Nein. Wann schieße ich hin, Alter? Endlich. Sechs Schuss habe ich noch, Magazin. Wenn anderem... Wenn anderem... Oh, ihr... Hätte er ja nicht erschossen, wäre ich glatt über ihn drüber gelaufen. Wenn andere noch... Wenn andere mit sechs Schuss töten... Au, 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 au. Habe ich noch sechs Schuss Magazin? Komm, 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 komm. Mist. Ja. Ja. Ja, wir haben meine Kumpels wieder nicht erschossen. Oh. Scheiß Panzer. Wer die Freunde meiner Feinde erschießt... Deren Freunde erschießen mich. Aua. So. Ja, möchte ich hoffen. Die ganze Arbeit war sonst umsonst. Der Sektor gehört uns. Aber hat sich eh gleich erledigt. Ach nee, jetzt baue ich hier nichts. Da ist einer. Ach, Mann. Er ist tot. Wieso ist er tot? Schade. Ja. Hm. Ja, 29 Kills, 14 Tote ist okay, finde ich. Ist okay. Ist okay. Du bist Mann. Ich hoffe, ich in die Zeit. Ich hab zwei. Entschuldige. Tschüi otras. Untertitelung des ZDF, 2020